Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf ThePurePros HD. Heute testen wir die Dynamit Böller von Puberart und die sind nicht mehr ganz vollständig wie ihr seht, aber immer noch genauso schick wie am Anfang. Ich finde die einfach super genial im Design und jetzt testen wir einfach mal wie sie sich so anhören. Viel Spaß! Und jetzt der Dynamit D-Böller von Pyroart. Ja, das zieht ganz gut.